Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Unterschiede zwischen den Tierarten, die wir Menschen machen. Mir würde höchstwahrscheinlich jeder zustimmen, dass Hunde und Katzen ganz niedliche Tiere sind und dass man diese auf gar keinen Fall quälen sollte, einsperren sollte oder sogar schlachten sollte. Andererseits würden auch viele Leute sagen, dass Fleisch auf ihrem Speiseplan steht und dass sie Rind und Schwein und Hohn essen. Wieso machen wir diese Unterschiede zwischen den Haustieren und den sogenannten Nutztieren? Warum ist es normal, den einen zu lieben und den anderen zu essen? Die Antwort darauf lautet Tradition. Wir Europäer sind in dieser Tradition aufgewachsen, dass eben die Haustiere die Hunde und Katzen sind und die Nutztiere, die wir essen, Rinder, Kühe, Hühner und so weiter sind. Das ist für uns ganz normal. Und wenn wir jemanden fragen würden, ja, aber Moment, warum isst du denn Fleisch? Das ist doch nicht richtig, dafür musste doch ein Tier sterben. Dann würde der höchstwahrscheinlich sagen, ja, aber das habe ich ja schon immer so gemacht. Das haben meine Vorfahren schon so gemacht, meine Eltern, meine Großeltern und sogar die in der Steinzeit haben das schon gemacht. Und deshalb werde ich das nicht ändern, weil das ist halt so. Das ist halt so. Aber ob das deshalb richtig ist, ist die andere Frage. In anderen Traditionen, in anderen Kulturen, wie zum Beispiel in Japan, werden zum Beispiel Delfine abgeschlachtet. In anderen asiatischen Ländern werden Hunde gegessen. Wir Europäer deuten mit erhobenen Zeigefinger auf diese Länder und sagen, das sind Tierquäler, das darf man nicht machen, man darf keinen Delfin abschlachten, man darf auch keinen Hund abschlachten. Das ist schrecklich. Während wir genau das Gleiche machen, nur mit anderen Tierarten. Nur weil etwas Tradition ist oder weil es so üblich ist, weil wir das schon immer so gemacht haben, heißt es nicht automatisch, dass es deshalb auch richtig ist und gerechtfertigt ist. Jedes Tier hat ein zentrales Nervensystem. Jedes Tier kann denken. Jedes Tier kann fühlen. Wieso machen wir also den Unterschied und sagen, dieses Tier fühlt mehr als dieses Tier und dieses Tier hat mehr das Recht auf Leben als dieses Tier? Jedes Tier verdient es zu leben. Jedes Tier verdient es geliebt zu werden oder aber in Ruhe gelassen zu werden. Wenn man Tiere nicht lieben und respektieren kann, sollte man sie wenigstens in Ruhe lassen können. Den gleichen Unterschied machen wir auch, wenn es zum Thema Zoo kommt. Viele Leute sind immer noch der Meinung, dass Zoos tierfreundlich sind, dass Zoos gut sind, weil sie für Artenerhaltung und Naturschutz und sonst irgendwelche Sachen sorgen, was übrigens alles Lügengeschichten sind. Dazu aber später. Was ich jetzt sagen will, ist, wenn man einen Hund einfängt, in einen Käfig sperrt und niemals mit ihm spazieren geht, würde das unter Tierquälerei fallen. Die meisten Menschen würden mir zustimmen und würden sagen, das darf man nicht machen. Ein Hund, der braucht seinen Auslauf, den muss man spazieren führen, man muss sich mit ihm beschäftigen. Wenn man aber aus der Natur einen Eisbär nimmt und ihn in ein kleines Gehege steckt, für den Rest seines Lebens, Tiere, die normalerweise kilometerweise streckend zurückläden, die leben ihr ganzes Leben nur noch in einem kleinen Gehege und werden nie wieder rausgelassen. Das fällt nicht unter Tierquälerei. Das ist Freizeitbeschäftigung, das ist ein netter Familienausflug. Man tut dabei sogar den Kindern noch etwas Gutes, denn die freuen sich, dass sie ein paar nette Tiere sehen können. Warum machen wir auch hier diesen Unterschied? Und warum sehen die Leute immer noch nicht, was Zoos mit den Tieren tatsächlich machen? Tiere werden in Zoos unter Drogen gesetzt. Denn es ist mental, es ist psychisch nicht auszuhalten, wenn man als freies Tier in einem kleinen Gehege sitzt, sein ganzes Leben lang. Die Tiere gehen mental zugrunde, deshalb kriegen sie Antidepressiva, damit sie nicht an ihren Depressionen sterben. Wenn Tiere aus Zoos entkommen, dann werden sie erschossen. Wenn Tiere nicht mehr rentabel sind, wenn Platz geschafft werden soll für profitablere Tiere, werden die alten Tiere erschossen. Wo also ist der Naturschutz? Wo ist die Artenerhaltung? 75% der Tierarten in Zoos ist überhaupt nicht vom Aussterben bedroht. Warum werben sie dann immer damit, dass es die Artenerhaltung ist und dass sie Auswilderung machen und dass sie Zuchtprogramme machen? Wieder eine Lüge. Zuchtprogramme und Auswilderungsprogramme werden meistens von der Regierung durchgeführt und nicht von Zoos. Um Tiere neu anzusiedeln, um gefährdete Tierarten wieder zu bevölkern, sage ich jetzt mal, braucht es lediglich ein Zuchtprogramm, keinen Zoo. Die Zoos spenden weniger als 3% ihres Einkommens an Naturschutzprogramme, obwohl sie doch die ganze Zeit damit werben, wie viel sie an die Naturschutzprogramme spenden. Weniger als 3% sind es. Tiere gehören nicht in Zoos. Tiere möchten nicht eingesperrt werden, sie möchten nicht von Leuten angegafft werden, sie möchten nicht, dass die Leute gegen ihre Scheibe hämmern oder ihnen Müll ins Gehege werfen. Das möchten die Tiere nicht. Die Tiere möchten in Ruhe gelassen werden. Ich weiß, Tiere können nicht sprechen, sie würden das selbst nicht so sagen, wie ich es sage, aber ich bin heute hier, um meine Stimme für die Tiere zu erheben. Um ihnen zu sagen, die Tiere möchten in Ruhe gelassen werden. Tiere in der Natur möchten bitte in der Natur bleiben und alle Tiere möchten leben. Lasst uns heute noch aufhören, Unterschiede zwischen Tierarten zu machen und stattdessen die Tiere einfach in Ruhe zu lassen. Die Tiere möchten nicht in Ruhe gelassen werden. 78 M 900 Die Tiere in Ruhe gelassen werden, das Item 6, höchertig ist. und kippendOhren, Untertitelung des ZDF, 2020